Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Sebastian Kempel, ich bin Geschäftsführer für den Bereich Marketing und Vertrieb bei Eura. Wir starten mit einem ernsten Thema, aber umrichtigerem Thema. Wir möchten Ihnen heute gerne unser Notfallabwand, den ich Ihnen einen Held war, handgerecht vorstellen. Denn was kann man tun im Falle eines Falles? Ich denke, wir alle, Sie alle, wir wollen möglichst lange selbstständig leben, am besten natürlich bis ins hohe Alter hinaus. Wir möchten nicht unbedingt in Pflegeheimen, dennoch ist es eben so, gerade im Alter steigt natürlich die Gefahr, dass einem was passiert, dass es einen Unfall gibt, dass man stürzt. Also tatsächlich gibt es einen exponentiallyen Anstieg, der mit der Unfall, der Sturzgefahr eben mit im Alter. Und die Angst ist groß und mit unserem Notfallabwand, mit dem 70 wollen wir eine Lösung anbieten, dass man sich auch im Falle eines Falles sicher fühlen kann. An unserem Notfallarmband ist es eben so, dass es den Sturz eines Trägers automatisch erkennen kann und über eine App die Angehörigen, die man dort hinterlegen kann, automatisch informiert, dass man einen Notfall auslöst, eben die Angehörigen benachrichtigt, ergänzen kann man einen professionellen Notbuchservice zugrufen. Es wird eben zusätzlich auch der Standort angezeigt im Falle eines Falles und vielleicht gehen wir ein bisschen darauf ein, wie das genau abläuft. Ich arbeite quasi vollständig alleine, ich brauche nur Angehörige oder Personen, die ich eben als Notfallkontakt hinterlegen möchte und die müssen auf ihrem Smartphone unsere GERA-App installieren. Im besten Fall trägt natürlich derjenige, der hier beobachtet oder sichergestellt werden soll, dass ihm nichts passiert ist, Armband Tag und Nacht. Und im Falle eben eines Unfalls, entweder über den Sturz werden, eben alle hinterlegten Kontakte automatisch darüber informiert, dass was passiert ist, wird ein Notruf ausgelöst. Alternativ kann derjenige aber auch manuell einen Notruf auslösen, weil es uns ja nicht zwangsläubig ein Notruf oder eine Notfallsituation würde dadurch entstehen, dass ich gestürzt bin. Man kann sich ja viele andere Szenarien vorstellen, dass jemand, keine Ahnung, denkt, ich habe ein Herzinfarkt oder was auch immer passiert ist. Die hinterlegten Kontakte kriegen dann alle gleichzeitig tatsächlich diesen Alarm angezeigt, bis zu sechs sind innerhalb der App möglich. Und der erste, der den Notfall bestätigt, ich führe mich jetzt drum in der App, der baut eine Sprachverbindung zu dem Träger des Armbands auf. Das heißt, wir haben hier drin ein komplettes Telefon, allerdings muss man sich, das ist nur ein Knopf. Das kann nämlich nur in dem Fall auch so eine Sprachverbindung auf, wenn ein Notruf aktiviert wurde. Da baut sich die Sprachverbindung auf, man kann klären, ist jetzt hier tatsächlich irgendwas passiert, war es nur ein Versehen, ist was passiert, wie kann ich helfen? Das ist die eine Möglichkeit. Jetzt kann man sich darauf vorstellen, dass es natürlich auch Situationen gibt, wo diejenigen eben nicht mehr in der Lage sind, jetzt mit einem Gespräch darauf zu beantworten, ans Telefon quasi zu gehen. In dem Fall übermittelt das Notfallarmband auch tatsächlich aktiv den Standort desjenigen, sodass man die Hilfe vor Ort organisieren kann, also entweder in seinen Angehörigen findet und oder vielleicht sogar den Rettungsdienst alarmieren kann und den Rettungsdienst eben zu der Person weiten.